Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute wieder Call of Duty World at War 2. Heute ist die Festung dran. Ich nehme heute ohne Webcam auf, weil ich mir jetzt vorgenommen habe, nur noch mit Webcam aufzunehmen, wenn ich streame. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es gut findet oder schlecht findet. Auf jeden Fall starten wir die Mission jetzt. 26. Juli. Wir haben uns in einem Bauernhaus vor Marigny versteckt. Ich schließe meine Augen und denke an Hazel. Aber am Ende habe ich wieder diesen Traum. Red, er schieß ihn! Albtraum, hm? Immer wieder. Werde nicht los. Schon besser. Pro du dich aus. Nein. Ich beweise Pearson meinen Wert. Er ist mir scheißegal. Du musst gar nichts beweisen. Ja, aber ich habe die Schnauze voll. Zu Hause regeln wir die Dinge anders. Von Mann zu Mann. Nur so verdient man sich Respekt. Ich verstehe das. Glaub mir. Ein Mann muss für sich selber kämpfen. Nur Respekt nützt gar nichts, wenn man dafür drauf geht. Du passt ja schließlich auf mich auf. Übrigens, passt der heilige Michael auf uns auf. Also gibt's keinen Grund zur Sorge. Wusste gar nicht, dass ihr an sowas glaubt. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Erzählst du jetzt von deinem Traum, oder was? Wölfe rissen unser Vieh. Mein großer Bruder und ich jagten sie und wurden dann angegriffen. Red, erschieß ihn! Ich versuch's, ich versuch's! Schneller! Nein! 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 Alles okay? Es tut mir leid, Paul. Hör mir zu, Kleiner. Es ist ganz natürlich, Angst zu haben. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Von diesem Tag an wollte ich Paul niemals wieder enttäuschen. Aber jetzt muss ich nicht nur ihm gerecht werden, sondern auch Pearson. Nein! Nein! Keine Fragen! Es schwingt ein goldener Schwern! Los jetzt! Ich glaube, er mag mich! Ich glaube, er mag mich! Nein, glaube ich nicht. Ich brauche ein Feuerschirm auf der linken Seite! Alle anderen in Frank-Kursen rechts! Das ist alles sicher! Hö! 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 Geh rein, bin hinter dir. Brücke vor. Na los, bewegung, bewegung. Müssen wir heilen. 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 das wird schon wieder klar ich nehme nicht mit ja gut dann nicht da wollen wir einmal helfen weißt und dann sowas erstmal heilen das wird schon wieder jetzt noch mal sterbe ja alter was zum teufel alter was war das denn hier drüben ich hau dich hier raus alter mein platz soo gut jetzt oder gut gut ok gehen wir uns mal gut sieht gut aus wo sind sie hin sie müssen geflohen sein als sie uns gehört haben die deutschen haben vorräter zurückgelassen aufstocken bevor wir zum turm gehen scheiße scheiße hier 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 infekt hier 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 Höhenangst gibt es nicht. Wir sind im Krieg. Oh yeah. Das tue ich gerade. Feinde, erster Stock. Greifschuss. Dennis, die Schaffung zu erledigen. Atme. Auf die Fünste achten. Deutsche, linke Flanke. Da ist doch eine Flacke auf dem Hof. Unbemal, dem Auge behalten. Wir haben die Flacke erreicht. Er bewegt sich noch. Kümmern Sie sich nicht weg. Feuer! Gut gemacht, Ennias. Easy. Wo? Hä, wo? Hä, von wo? Hä, wo? Oh. Auf Platz, du darfst. Doch, einst. Okay, es geht los. Geben Sie unser Schmerz auf Feuer, damit Sie diese Flasch aushalten können. Deutsche, am Brennen in der Auto. Knapp verbatten. Ach, einen. Gib ihm den Rest. Immer noch Feinde, nicht im Brennen Auto. Er ist doch tot. Also da ist noch einer. Das schaffen wir doch hier. Der auch nicht. Und der auch nicht. Gut. Tun wir auch nicht. So, das war schön. Oh, ich seh's. Oh, fuck. So meine Mates. So, kommt keiner mehr. Gut, super. Oh, fuck. What the fuck? Alles klar. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Komm runter, schneller, geh doch schneller. Ist der tot? Oh, fuck. Oh, fuck. Schnell weg da. Du musst da weg. Oh, war das knapp, alter. Oh, verdammt. Ja, ich bin da. Oh, verdammt. Scheiße. Habe ich vielleicht Flügel, private? Nein, Sergeant. Ich bin ja auch nicht Ihr verdammter Schutzengel! Scheiße, ich hab da drin zwei Männer verloren. Wir müssen uns jetzt zusammenreißen und diese Kanonen zerstören. Na los! Ich bin natürlich sofort dabei. Die Position halten! Na los! Sie brauchen Deckung, Feuer! Feuer, Stöp! Weiter, Feuer! Die Kanone ist doch in Wack! Wer stand? Verbrennt! Boah, fertig! Keine Chance, mein Leben! Uuuuh! Also mit der Granate! Oh. So, jetzt noch Gebrauchssignal einsetzen. Oh. Oh, ich würde sagen, ihr habt verkackt, oder? Ja, ich habe es verkackt. Oh, ich habe es auch nicht verkackt. Ja, gut. Zasman. Oh, nice. Gute Arbeit, Männer. Sie haben alles gegeben. Diese Mistkerle ziehen sich zurück. Das war verdammt gute Arbeit. Die Männer haben sich gut geschlagen, Sart. Jetzt lassen wir sie ziemlich fertig aus. Das war keine Glanzleistung, Männer. Ich war viel zu nachsichtig. Mal sehen, woraus sie wirklich gemacht sind. Okay. Okay. Wie Mittlers Kopf auf ein Silbertablett bringen, meckert er noch, dass es nicht poliert ist. Wenn wir weiter so kämpfen wie heute, ist der Krieg schon bald vorbei. Deswegen müssen wir sofort aufs Ganze gehen. Okay. Bin dabei. Wir haben Marie nie erobert. Die Deutschen ziehen sich so schnell zurück, wie wir vorstoßen. Dafür stehen wir jetzt mehr denn je in Pearsons Fadenkreuz. Wir müssen es ihm wohl einfach beweisen. So Leute, das war's mit dem Video. Morgen kommt der nächste Teil. Bewert das Video. Schreibt einen Kommentar. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Alles klar. Ciao. Ah ne, gar nicht. Montag sehen wir uns. Montag kommt der nächste Part. Und morgen bin ich live. Auf jeden Fall. Haut rein. Ciao.